Ziel ist die Integration. Wir können nur gut zusammenleben, wenn wir uns verstehen, wie wir einen Integrationsplan entwickeln und Offenheit verbessern können. Miteinander verstehen, das heißt, dass alle die deutsche Sprache beherrschen. Alle, alle, alle die deutsche Sprache beherrschen. Wir wollen euch und wir wollen mit euch zusammenleben. Integration bedeutet, sich auf unsere Werte einem Stück zuzubringen, was wir verbessern müssen. Erlernen der deutschen Sprache. Ein G-Man, no, fuck me. Listen to the beat, to the voice so sweet, to the pooh, fuck me beat, to the voice so sweet. This is ring, ring, bing, dong. Ein G-Man, no, fuck me.